Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Special Days Before Christmas Und wir öffnen jetzt mal das dritte Türchen Und da drin sind Eiszapfen Ich bin auch froh, wenn ich wieder Eiszapfen sehe, die sehen toll aus Eisgave Und wir sind jetzt in einer Höhle Yay Und was macht eine Eule in einer Höhle? Höhrt da nicht eigentlich eine Fledermaus hin oder so? Und Ja, wir können jetzt kurz Feuer machen Damit können wir ein Rentier retten Finden wir auch noch Rudolf? Ich weiß es nicht Ah, verdammt Ich weiß nicht, ob ich unendlich von dieser Power habe Deswegen möchte ich jetzt nicht verschwenden Ich glaube, hier ist auch noch eins Und ich glaube, das war es dann auch in dieser Level Ich habe das Spiel aber noch gar nicht durchgespielt Jetzt können wir auch hier so durchgehen So, was haben wir da drin? Das hier haben Und da ist eine Bombe Da weichen wir jetzt mal geschickt aus Und da ist die Glocke Ja doch, hier war doch was So, so, so Dich öffnen wir Und Energiepunkt Jetzt haben wir wieder drei Und Wow Okay Habe ich irgendein Ah, da ist noch Ah, super Checkpoints Was haben wir hier noch so? Ah, ja, ja, ja Nein Ah, böser Pinguin Obwohl eigentlich, wir sind ja böse Wir sind ja auf dem Pinguin gelandet Hühnchen Und jetzt Hier rüberspringen Super So So Und so Und was haben wir da? Ja, wieder ein Elf Und ich wollte ihn Ah Autsch Schmerzhaft Ich hoffe, da ist jetzt nichts, was mich jetzt noch töten kann Ah, super Das ist schon das Ende der Level Ist darüber noch was? Nein Okay, dann würde ich mal sagen Das war's mit der Level Und wir sehen uns morgen wieder Wenn es heißt Let's Play Special Days Before Christmas Bis dann